Herzlich Willkommen zu Mirror's Edge Part 7 oder so. Wir werden von den Cops verfolgt, wie immer. Und... Wir werden jetzt auch von Vögeln beobachtet, seht ihr? Und... Wir werden abgeschossen von den Vögeln. Das Abrollen geht noch. Wollen wir sicher. Da nach oben. Okay. Boah, krieg ich auf die Fresse! Kann ich da hoch? Äh... Komm, hau mich nochmal. Lul! Was? Rechtsklick! Oh mein Gott! Das war... Profihaft, also... Jeder, der das nicht kann, der soll gleich verschwinden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, gib mir auf die Fresse! Komm! Hau ihn weg! Endlich! Endlich! Boah! Warum nicht gleich so? Ich frag mich, warum... Ich frag mich das wirklich. Warum mach ich immer so... Ja okay, da geh ich nicht rum. Da geht's auch nicht rum. Hier geht's rum. Warum... Warum ich das nicht gleich von Anfang an mach? Die Mucke gefällt mir. Dumm... 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 Okay, da müssen wir hoch. So... Ich sag zu fies zu, oder? Kann das sein? Okay. Ey, immer diese Ratten! Ähm, hä? Ach so. Ah, das Abrollen geht ja noch. Das geht ja noch. Ein Vogel! Wird wieder auf mich geschossen hier? Du bist fast da, Febz. Ich wär auch so gerne ein Runner, ne? Das wär... Richtig gern. Oh, nee. Nee, 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 nee. Hä? Lol. Das hab ich geschafft. Aber das... Das hab ich nicht geschafft. Aber das... Ähm... Genau. Und das hab ich auch nicht geschafft. Ja, sieh... Ja, sieh... So... So, jetzt... Geht doch! Wundert mich, dass ich das dir einfach nicht beim ersten Mal schaffe. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ihr schon wieder. Wir vernauzen. Hä? Was? Oh, okay. Ich bin wenigstens richtig... Das Wichtigste. Jetzt so... Hin... Hier hoch. Und da kann ich nicht hin. So sterbe ich wieder. Dann muss ich hier hoch. Dann mach ma das mal. Dann muss man hier so jumpen und... Rollen nicht vergessen. Das Rollen ist wichtig. Aber das hab ich wieder vergeigt. Yay! Wiederaufzug! Werbung! Werbung, Werbung, Werbung. Schon wieder das Gleiche? Das ist aber wieder... Ach, nee. Das ist neu. Aha. Das ist auch neu. Und ich hab wieder die scheiß Frame-Anbrüche. Was schon los hier? Oh. Riesengelände. Was? Kann man das jetzt einfach so benutzen? Kann man das jetzt einfach so benutzen? Kann man nicht. Würde mich auch wundern. Gut. Man kann das benutzen. Da rein. Da hoch. Okay. Oh. Hä? Was war das jetzt? Oh, Mann. Warum schaffe ich das nicht? Ja, geht doch. Die kleinen Frame-Anbrüche. Die sind ein bisschen nervig, finde ich jetzt. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist genauso schlimm. Und das finde ich nicht gut. Gar nicht gut. Ach, nö. Das konnten wir jetzt nicht benutzen. Nö. Wir müssen ja außen rumlaufen. Wer war das? Wer bist du? Oh. For you. For you. You? Was? Was? Äh. Okay. Dann wird's mal noch. Oh. Boah. Wieder die 1 Frame-Anbrüche. Boah. Hört mal auf zu schießen. Bisschen laggy. What's hier? 9. 8. 8 FPS. Wieviel zu füllen. Robert. Nö. Wong. Wieviel. 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 Das ist alles genau. Das ist alles化gele. Woaw. Komm Hier ist nix mehr Wie langsam ist das? Ganz langsam Was ist los? Was ist los? I call for you Ich soll klettern und darf ich nicht die Rolltreppe benutzen? Autsch Ich bin jetzt oben oder nicht? Weiter nach oben Ach da kann ich Ist gut Gut zu wissen Aber wenn man diese Einbrüche halt löse auch nicht Oh Ähm Ja Ich hab grad nicht zugehört aber ich sag erst mal ja So wie in der Schule Ihr kriegt mich nie Ihr kriegt mich nie Außer einmal habt ihr mich ja nicht Aber da war ich ein bisschen Inkompetent Okay Na Weder hoch oder wat Äh das geht nicht Ähm Jaja Ich muss aber überlegen wie ich das jetzt mach Los Ne ich wollte Ich glaub das kann ich nicht mehr oder? Ne das kann ich nicht mehr Kann ich so hoch? Ja ok Wieso den einfache weg geht ne? Wieso den einfachen Weg geht ne? Ja Wenn man den leichten äh Wenn man den schweren hat Wieso den einfachen Weg geht ne? Wenn man den schweren hat Okay. Nee. Nicht dein Ernst. Das ist... Das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Boah, ey. Ich verkehrt schon wieder. Aggression. Guck mal. Fresse. So, warten wir bis es stillgestanden ist. Sonst stirbt immer wieder. Komm. Ein bisschen. Ein bisschen geht noch. So. Da war einer. Äh, hallo? Hä? Kann ich da nicht rufen? Was? Oh, shit, faith. Die haben ein Maschinengewehr. Ich habe hier den Framer-Brüchen. Ich glaube, ich bände hier die... Bis zum nächsten Mal.